gar nicht mehr, also hier sind Lovers unterwegs, Patrick, hier sind zwei Lovers, die halb so als sind wie wir, glaube ich, unterwegs und machen die Welt unsicher, ich bin neu auf deinem Kanal, ich glaube jeder hier im Chat eventuell, Pi mal Daumen, für mich sind alle gefühlt neu, ja, für mich sind eigentlich alle neu irgendwo durch, ne Patrick, auch Hi Till, ich bin neu hier, spielst du Roblox? Oh, hör mal auf, nein, weil, wie soll ich sagen, ich bin schon zu lange hier, oder generell, Patrick, du bist ja auch nicht mit deinem aktuellen Kanal, aber generell schon zu lange auf YouTube und danke für den Abo, hilft auf jeden Fall für Support und Co. weiter, und äh, Hi President Biden, was geht, ein Wunderschön, weißt du noch, wie man in, äh, in YouTube reinkommt? Ähm, 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 wir haben jetzt hier Probleme, wollen Sie mich verarschen, ich geh rein und du gehst auch gleich raus? Das gibt's doch nicht. Seh, Tobin, ich freue mich hier sprechen. Spanien hat betrogen bei Deutschland, ja, komm, Spanien ist Europameister, da ist scheißegal, was vorher war. Wir lassen jetzt Fußball hier raus, ne? Scheiß drauf, Fußball ist, Fußball kann da, da durch, ne? Nee, 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 Fußball, heute ist der Aftertalk vom Fußball und morgen beginnt in der Schweiz die neue Saison. Nee, eigentlich heute schon. Nö, es sind, glaub ich, ein paar gegangen. Tanja, Dietrichs. Tell, über Fußball kann man sich schwindelig reden. Hey, ich glaub, draußen schifft's grad wie scheiße hier draußen. Äh, keine Ahnung, meine Kätzchen sind am Pennen, weil die gleich, denkens, gleich Krise kriegen, wenn das so regnet. Voller Krise. Zum Glück steh ich hier. Es ist echt, du sitzt ja wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn du im Büro bist, ne? Also, hey, heute bin ich ganzen Tag gestanden und ich hab gemerkt, irgendwie, so montieren, macht mir relativ Spaß. Wirklich, for real. Ich kann, ich kann das... Du könntest, ne, ne Lehre anfangen zum, zum Ding. Es gibt jetzt neu, also, es heißt neu, glaub ich, seit ein, zwei Jahren, gibt's ne Lehre, die, äh, dafür da ist, Solarpanels zu montieren. Ich weiß nicht, wie genau heißt, aber es ist echt cool. Nehre, Digga, ich mach ne Firma auf und kauf die Solarpanels in China ein und dann verkauf ich sie hier für keine Ahnung wie viel. Ich glaub, ich würd nen Platz kaufen und, äh, besser gesagt, ne, besser, mach's besser. Du kaufst irgendwo ein, äh, ein Land. Ja, Digga, dafür brauchst du zuerst Kapital und das Kapital hast du rein mit, äh, Solarpanels vertrieben. Ne, 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 du holst dir von der Bank Geld für nen Haufen Fleck Erde. Und dann, äh, klopfst du bei Kettel an und sagst, Junge, ich hab da ne Fläche. Kauf mal, kommst du was bauen da. No, kann ich. Da geht's los. Aber, ja, ja, bis du Geld hast, ist, äh, lange. Gut, dann muss dir Gertrud da dran glauben. Und da haben wir jetzt, äh, Winter. Details anzeigen, Winter, die können da gar nix mehr. Ne, Patrick, heute ist eh, äh, Ausnahmetag. Für mich jetzt auch persönlich. Ist, glaub ich, einmal im Jahr so gefühlt, dass ich, äh, an einem Abendmahl alleine bin. Zuhause. Von dem her, passt schon. Und ich geh wirklich querfältig durch das ganze Zeug hier. Äh, hier Breitenwegrich und Löwenzahn. Ui, Emini, also wir haben hier, äh, also, komm jetzt. Also, wer hier nicht wohnen wollen würde, ist schon irgendwie gepisst, ne? Reitenwegrich, Löwenzahn, Tollkirsche. Ich glaub, die hat ein bisschen ein Gehänge hier. Der Kopf fällt gleich ab. Seht ihr das? Ich glaub, der Kopf fällt gleich ab hier. Ist doof, ne? Weißt du was? Das heißt, ich will Giftpfeile herstellen, Till. Also, ich lass das, äh, danach herstellen. Gift. Mach du, was du willst. Aber ich brauch Tollkirsche dafür. Warte mal, es gibt ja noch was mit Mohnsamen. Gewichtstrank. Genau, Mohnsamen. Ähm. Bilsenkraut. Wo finde ich denn jetzt Bilsenkraut? Bilsenkraut? Heißt das nicht Binsen? Bilsenkraut? Bilsenkraut sagt mir nix. Bilsenkraut kann ich schon was damit anfangen. Aber, ich hab ein Jahrgebiet entdeckt. Für Kaninchen, da kann ich auch wieder viele machen. Hinterherrennen. Küche. Küche hat kein Material mehr. Jemand fragt, ob wir es 0 Uhr streamen können. Ähm. Ich kann so sagen. Eventuell hier zusammen nicht. Aber alleine vielleicht schon. Wer weiß, wer weiß. Eben, irgendwann kommt auch noch meine Freundin nach Hause. Ich muss eh noch für Solo hier aufnehmen. Heißt, also wir machen vielleicht bis 21.30 Uhr oder so zusammen. Und danach geht's alleine weiter. Wir müssen vielleicht gucken. Ja, true. Aber ich bin hier weiter im Ghetto. Und es wird langsam echt heiß hier. Ich könnte das Fenster aufmachen. Aber ich glaub, dann wäre... Ja, ich renne in heißen 3 rum. Toll. Hier ist das Ding. Weil ich jetzt das Fenster aufmachen habe ich Land unter. Ah, ich hab die... Die Större so gekippt, dass das dann funktionieren würde. Ach, hier ist der Kollege. Was brauchen wir für Gift, äh, kleine Fläschchen? Ich klicke einfach durch. Eisenpfannen. Woher soll ich wieder Eisenpfannen herbringen? Ah, Holzfläschchen. Gut, dann kann ich hier... ... sagen, der soll Holzfläschchen bauen. Äh, Li-Achison? Oder meinst du, ihr... Äh, ähm, äh, unser Eisen geht gleich flüten, wenn das Ganze hier so durchgeht. Was meinst du? Mr. Loba, Loba, Wolf ist hier unterwegs. Der Wolf will was. Ich glaub, unser Eisen verblutet es gleich, ne? Irgendwie kann das sein. Der hat ein Leben an Lebensbalken. Jaja, ich weiß. Ich hoffe, der heilt von alleine. Ansonsten, war schön mit dir. Bieselchen. Ansonsten, ja, war ein bisschen doof. War, war, war gut, aber... Wir müssen auch unsere Gesundheit denken. Oh, in 15 Minuten ist das zweite Teil des Drucks fertig. Nice. Ich hätte es eigentlich auch komplex machen können, aber... Ich dachte mir so, mhm... Ey, ich finde, apropos noch für 3D-Druck. Hallo, hallo, äh, für 3D-Druck. Ey, wir haben 47.000 Holzeinheiten, die wir verbauen können. Boah. Äh, ne, Patrick, noch was ganz anderes für den Ring, äh, rundherum. Soll ich auch 25 in den Film nehmen, oder soll ich da weniger nehmen? Auch, okay. Auch 25. Okay, perfekt. Alles 25, da machen wir da. Da machen wir keine, keine alten Sachen, Till. Da machen wir 25er draus. Ein 25-Stunden-Stream, weißt du? Ja, an einem Tag, oder? Ja, sicher. Ich sag's nur so. Ich könnte mein Smartphone an, äh, Ladegerät hängen und streamen, aber ich glaube, es will keiner. Oh, scheiße, bald kommen die Steuern wieder, die wir haben. Nee. Junge, jetzt wollen mich die abstecken, oder was? Ah, ich brauche einen Leinen-Garn. Scheiße, ich bin tot. Junge. Wir müssen hier, äh, also noch nicht ganz tot, aber ich bin tot, jetzt bin ich tot. Wir müssen dazu zweig gehen, da, die Quest ist, äh, zwei, ich dachte, es wäre einfach so eine hohe G-Quest, aber wir sind jetzt tot. Wir sind Hund! Wieder gemächt, tot! Das ist nicht mal ein Problem. So long. Okay, jetzt, was will der? Sprich mit Ratzim. Und der Kollege rennt einfach weiter. Ach, bist du für ein Freund? Ich bin tot, bin am Abgestiegen und du... Ich geh einfach weiter. Ja, jetzt ist der Esel halt auch wieder, wo ist denn das Esel hingespawnt? Der ist wahrscheinlich genau da, wo ich ihn durchgelassen habe, ne? So. Ach, Game Jam. Äh, für 10.000 Euro, ich will immer 10.000 Euro andrehen, der ist mir nach dem Frühstück, oder direkt nach dem Haufstehen, Mayonnaise suppelt. Aber Mayonnaise ist doch geil. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Pratik, wollen wir was zusammen machen? Ja, ich bin jetzt total einfach unvorbereitet da reingehängt, bis es steppt und, äh... Dann, sie machen die nächste Quest. Nee, ich muss den Esel holen. Aha, ich komm gleich, ich gerät schnell mit Ratzim. Sowieso dahin. Dann können wir zusammen dahin, ja? Ja. Ah, scheiße, wirklich. Äh, so, äh... Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Hab ich, hab ich, hab ich, äh... Kupferpfeile 75. Ey, Till, hier gibt's nur so'n, so'n Zwischenfluss. Hier wär gute Fläche, wo wir auch ein bisschen expandieren könnten. Denn hier der Wölfe, damit... Zwischenfluss? Ja, da, wo ich gerade bin. Weil dann würden die Wölfe da nicht mehr so spawnen. Ah. Und der Nick. Servus, Jesse, was geht? Okay, dann wunderschön. So. Äh... Bist du mal mit... Also, wann bist du bereit zum, zum Losscheißen hier? Ich hab dir gesagt, ich muss eigentlich kurz im anderen Dorf reden. Wie lange dauert das? 50.000 Jahre? Keine Ahnung. Irgendwie der Esel ist arsch langsam. Ratzim, komm, hier ansprechen. Ja, du hast da zu viel gefuttert. Mach mal hin hier. Oh, jetzt muss ich... Nee, Bro, jetzt meinst du nicht im Ernst, dass ich hier den Nachrichtendienst spiele, dass ich rede mit dem, rede mit dem, rede mit dem, rede mit dem. Dann kommst du jetzt... Nee, das ist mir zu blöde. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und wir gehen jetzt mal in den Krieg, oder? Ja, warte mal, warte mal, bitte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir irgendwo, 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 irgendwo... Können wir Heilkräuter anpflanzen? Oder... Wir können Heilträke bauen, ja. Perfekt. Also, ich würde genau einen benötigen, aber... Ich, 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 ich hab dir einen gekauft. Für 19 Münzen. Alter, warte. Ey, die Steuer, wir sind bei 5000 Steuern. Nächstes Jahr sind wir bei 6000. Du, was, Steuern? Ich hab doch keine Steuern. Ich glaub, einen Apfel mit Zustand 25 soll ich auf jeden Fall nicht mal nehmen, ne? Äh, ist nicht mehr so empfingend. Küche reklamiert schon wieder. Ja, der hat ja Probleme, die Küche immer, ne? Die La Cooking. Ja, nee, der kann, der kann gerade keine, keine Rühreimer machen. Der hat schon alle Rühreier fertig gemacht. Dann machen wir das auf Pausieren und dann soll er mir Fleisch mit Soße machen. Ja, ne, also... Ne, Patrick, äh, Menschen sind normalerweise nicht normal. Also, das spielst du auch aus Leib und Seele, oder? Ne, wenn Menschen normal wären, dann, dann würden wir gar keine Kriege führen. Hat was. Du, jetzt kann ich dir eine Quest mit einem Rotaugen machen, auf jeden Fall. Rühreier zwölfmalig. Aber wenn ich irgendwas... Fladenbrot gibt es auch nur Nahrung. Aber warte mal, hier hinten war doch der Spacko mit... ...in Folge Yaropelk zum nächsten Ort. Ja, ja, der war gebackt. Komm, wir gehen jetzt mal kurz die Kollegen um. Warte mal. Ich bin ja da in der Nähe. Oh, McNaugh. Ja, du bist, äh, sehr nahe. Deshalb gehe ich jetzt da hin. Guck mir das an. Ob er jetzt beim nächsten Ort ist. Jo, es regnet aktuell einfach nur draußen. Mir nicht zum Glück. Hab schon gedacht, jetzt kommt hier Sturm und Gewitter und was auch immer. Eventuell ist schon der größte Scheiß durch. Oder alternativ hab ich da verpennt. Also eins von beiden wird es ja wohl gewesen sein. Ah, jetzt rennt die Yaropelk. Was? Wirklich? Ja. Weißt du, ich renne da... Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Haben wir noch hier irgendwo einen Esel? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Du brauchst einen Sattel. Ich bin sattellos. Hallo, wie alt bist du? DP, wir sind... Was hast du gesagt? 55, oder? Genau, zusammen. Das kann man zusammen ausrechnen. Außer du. Was, Nick? Ich bin noch... Ich bin noch... Wir sind die Personen, die, ich glaube, am abnormalsten sind. Weil wir streamen auf YouTube. Und Twitch und TikTok und nochmal YouTube und keine Ahnung wohin. Ob wir normal sind, ich weiß nicht. Ah, weißt du, was gerade wieder bei mir der Fall ist? Ich habe gerade Paketverlust und Ping von 100. Oh. Ich, äh, 11 Minuten. Und, äh, Bandbreite sagt er mir, ich habe nur 5 Mbits zur Verfügung. Was gar nicht stimmen kann. Ich weiß nicht. Irgendwer zieht wahrscheinlich bei dir irgendwo auf der Leitung. Also beide so um die 27. Ja, true. Weil, als Beispiel, ich habe eine 10 Gigabit Leitung. Oh, still. Ich muss kurz... Das ist alles noch in Ordnung. Aber es ist wirklich so. Also, ich habe eine 10 Gigabit Internetleitung. Bis auf den Rechner über einen Thunderbolt-Adapter. Und... ... Vielen Dank.